Mode für Männer mit Format, die gibt es ab sofort auch in Leipzig. Im Katharinum hat heute Hirmer Große Größen seine erste Niederlassung in den neuen Bundesländern eröffnet. In bester Innenstadtlage und auf rund 700 Quadratmetern werden hier alle Männer glücklich, die nicht in die Standardgrößen passen, aber trotzdem Wert auf Stil und modische Trends legen. Wir fangen ab 2XL an, geht bis hoch bis 6XL, aber es gibt auch große Schlange und für die haben wir natürlich auch Kleidung. Da andere Mitbewerber die Größen absolut nicht mehr führen und wir uns darauf spezialisiert haben und auch die Kunden auch immer wieder etwas kräftiger werden und somit ist für uns natürlich das eine Nische. Aussuchen, anprobieren, anziehen. Dank der großen Auswahl funktioniert dieses Prinzip bei Hirmer Große Größen auch in XXL. Von sportlich bis elegant, das Sortiment lässt keine Wünsche offen. Top-Marken wie Hugo Boss oder Lacoste stellen auch den anspruchsvollen Kunden zufrieden, der sich zudem auf erstklassigen Service verlassen kann. Unsere Verkäufer bedienen die Kunden von A bis Z, von der Socke bis zum Anzug. Ob Polo, Pullis oder Marken wie Tommy Hilfiger, Polo Ralf Lauren oder auch Point Shark ist für uns kein Problem. Überzeugen Sie sich selbst und schauen Sie vorbei bei Hirmer Große Größen im Böttcher Gässchen in Leipzig. Das Team freut sich auf Ihren Besuch.